ich weiß nicht wäre es sinnvoll den jetzt erstmal zu farmen wenn er schon mal da ist sinnvoll auf jeden fall ich meine wir können uns ja theoretisch dann schon die sora magdarus rüstungen machen wir müssen dann halt nur noch mal mit farmen dann halt für daniel und chrissy ja wenn die dann dabei sind genau das ist das nämlich ich drehe aber immer kurz eine zigarette mach mal ganz super immer schön schuze richtig so verteidiger katana 3 ich habe den verteidiger hammer 3 schon das ist auch schon recht gut hätte vor dieses verteidiger schwert und das ticke behalten verteidiger auch weize ja sobald wir den war sie den sora magdarus als rüstung haben ja sind wir schon sehr gut dabei und die muss man dann auch nehmen wir müssen nicht aber sie ist halt von der verteidigung ist jetzt her sehr gut ich würde gerne mal gucken dann nebenbei dass ich halt grenzen standard rüstung zum kriege ja die niederrangigen und dann die hochrangigen zusammenfarben aber wie gesagt wenn wir eine sora magdarus rüstung haben wir sind wir erstmal für eine zeit lang also verteidigungstechnisch gut dabei aber die ist hochrangig ist die ist hochrangig ach hier so was ach ich kann es nur nicht machen weil ich kein geld habe ach so die ist feuer die koste ich am ende 5 von 9 45.000 aber das material dafür habe ich fast alles mir fehlt noch der edelstein und mir fehlt noch pleura pleura habe ich bekommen es gibt ja zwei sora sets ne ja ja beta ich glaube das betaset ist halt ein ticken teurer ne und äh sicker meine ich ja weiß nicht was das bringt außer bessere boni vielleicht oder auch nicht ja die alpha rüstung hat noch ein bisschen mehr element schaden bei mir als die beta rüstung quasi alpha hat exklusionsschaden ja bombardier ja so heißt mani 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 ah ja die beta rüstung ist ein bisschen schlechter so neue quest bekannt machen du hast ja nicht mehr ne ich habe sie nicht mehr genau ich habe nicht einen eindruck gemacht bei jungs geht 8.280 also ich kriege mehr als du eben bei deinem ich habe auch 8.280 oder so als quest 9.000 jeweils dann noch schönen gutschein reinballern ich bin bei 16.500 ich bin jetzt bei 23.455 wir fangen ja schon mal an die die rüsten zu machen jaaa kann ich bei gelegenheit mal so gehörst du da also ich bin ohnmächtig geworden deswegen gab es weniger ah genau aber wie viele rüstungspunkte hatte die rüstung nummer sehr viel also ein schmied ich konnte mal ganz kurz weil wegen neugier und trigger und so 44 verteidigungspunkte ohne ja ohne rüstkugeln ohne kugeln ja dann also heute abend geht es fest wenn die rüstung fertig ist und wenn die rüstung vollkommen eingelegt ist gut ja dann schaffe ich nie weiter ich habe heute morgen zu verschlafen dafür habe ich gestern gar nichts lang gemacht ich habe noch ein bisschen mit ducas zu tun gehabt ja dann bin ich quasi auch umgefallen während ich mit dem zu tun hatte ja so chefkoch gericht man hat angriff hoch ist das ganz schlecht aber ich erkenne verteidigung habe ich jetzt eigentlich mein anderes schwert angelegt ich glaube es nicht so angriff oder verteidigung was meinst du verteidigung wird sich immer lohnen ich habe jetzt angriff hoch bekommen beim chefkoch ja weil bei chefkoch steht bei mir halt angriff hoch bei mir auch letzte mission war verteidigung hoch aber das könnt ihr auch noch zu dem angriff verteidigung dazukommen oder nicht ja kommt das try an naja hat nicht geklappt ah ok also die sora magdaros rüstung kannst du nicht verbessern nicht schon auf maximal ach die bleibt bei 44 ich glaube ich es wird später kannst du rüstkugeln draufballern aber soweit sind wir noch nicht dann könnte auch sein dass man die jetzige mehr hat oder nicht nein ab als das war ich weiß ich jetzt nicht glaube bei ausrüstung an der truhe kannst das machen woher dann truhe da ausrüstung hier ja ja mein otto garon helm auf stufe 7 hatte auch schon 42 verteidigung mein panzer 36 meine armen 36 meine hüft regen 36 und die beiden schienen auch 36 also die sora ist bei 44 um den vierziger bereich und das auf der ersten stufe wir könnten noch nicht weitermachen noch nicht nur das müssen erstmal später machen dann so ready or not here i come you can hype now let's go i'm gonna whiiiiiiiiiiiind you i kill you softly so ich würde das nicht jeden stream hören wenn wir spielen hehehe naja komm Hallo Ich hab mein Langwehr dabei. Ah, ich hab mein Lang ein bisschen verlängern lassen. Ah, okay. Ja, das ist für mich ein bisschen mehr Skill wieder. Hast du wieder deine... Dein Inventar nicht geleert? Nein. Das ist egal, komm. Oh, wie geil mein Langheiz ist. Gefällt er dir? Ja. Sag ich mal. Hübsch. Das ist alles von meiner Wüstung. Armschiene und Brustpanzer ist jetzt Sora. Das sieht aus. Hat schon was. Dann lassen sie ihn mal fertig machen. Schön, dass der Wolf pfeifen kann. Ja. Jaaaa, die Rache folgt in die Fresse. Jaaaa, die Rache folgt in die Fresse. Nice. Hier ist ein Material. Uah. Da, genau da. Uah. Rückenpanzer. Ja. Hitzeschuppe. Hihiha. Was macht los? Oh. Ha. Nein, brenne ich nicht. Aber ich muss nur was trinken. Du machst das schon, na? Ja. 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 Ich denke. Ich kann ja mal anfangen mit dir was zu tun. Ohohoho. Au. 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 Heiß. 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 Auf ne Beruhigungsbamme was bringt bei ihm. Ohohoho. Oh. Ohohoho. Ohohoho. Das Feuer ist hier. Geh dich ein Teil. Hey, Blaiuuih. Oh. Geh dich direkt ein Teil vorne. Ja. Über den Panzer. Du verstehst, dieser Edelstein vom Zora, wie so ein Rare Drop, den man irgendwie kriegen kann, oder? Ja. Ganz genau. Oder auch schon früher. Oder auch schon früher. Ja, ich bin ganz weit gesprungen. Da renn ich weiter runter. Mann. Irgendlich gut zu. Hast du mal eine Spätzeige am Po gehabt? Gerade eben, ja. Und? Wie war? Also ich war nicht abgeneigt. Wo die herkommen, kommt noch mehr. Geil. Ja, Mann. Hier, den schon habe ich gepokémon. Ach, den? Ah. Broken? Ja, ich wollte aber drauf springen. Oh. Ja, gut. Aber ich bin da vorgelandet. Haha. Magdalos. Magdalos. Ja. Ja. Auch irgendwie hart, dass wir auf einem Monster umklettern, oder? Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir da klettern, wo auch noch mal zwischendrin so ein Ding ist. Weil er wird es anscheinend nicht so geil, dass wir hochklettern. Ich glaube, er fand es nicht so geil, dass du den da irgendwie einen Brocken zerstört hast. Das glaube ich jetzt nicht für mich. Ich glaube, das war sein Lieblingswarzer. Bereit? Aua! Snack, du hast mich gerade... Ich habe gerade ein ganz anderes Problem, Aua! Du hast mich gerade unterbrochen. Oh, weg, 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 weg! Aua! Heißt das? Ah, das schöne ist, ich brenne jetzt nicht mehr so hart. Dann wird es Monera. Monera. Oh! Schön, dass ich in die Katzen gespürt worden bin. Monera, ne, Snack? Ja, ich warte noch kurz, ein Momentchen. Wegen Timer bei? Ja. Soll ich dir Bescheid sagen? Ich bin durch ohnmächtig geworden. Ja, ich sag's dir. Wieder hast du mir Geld versaut. Ja, ich mir aber auch, aber dafür krieg ich Doppelte. Na jo. Ich sag's dir, äh, schreib's dir mal vor und dann sag dir Bescheid. Ja. Bei 13.45. Das ist 15 Sekunden vor Ende. Ja. 15 Sekunden. Ab. Ich komm jetzt zurück. Ja, okay. Ah, hier liegt noch Material. Lol. Ah. Ihr habt den letzten Kern gesehen. Wo denn? Der wandert gerade. Hä? Das ist hier vorne. Ich komm sofort. Ich hab's gefangen. Und du auch. Nice. GZ. Ja, ich weiß warum. Der letzte Kerl ist auf seinem Kopf. Boah, ist doch knapp. Ja. GOOOOOF! GOOOOOF! Oh, äh, ja. Oh. Hä? Hä? Why bin ich wieder hier? Das war's mit dem Dessau, ne? Nein, aber ich weiß, wo der letzte... Oh, oh. Der hat den letzten Kern gesehen gehabt. Aber... Der war halt auf seinem Kopf. Der ist bei mir aber nicht rot. Nein, nein. Noch andere Richtung. Der Magma käme immer auf seinem Kopf, deswegen. Anscheinend. Ist das jetzt wohin jetzt? Ja, er hat ja vorhin auch nicht gejuckt, von daher. Das ist mir ja sein Schwanz. Aber hier war noch ein Fragment. Ich hab ja noch so'n Stein. Was ist denn? Huh. Ah, oh. Oh nein. Haha, Mann. Ah. Ah, siehste? Nein, wieder. Nein, 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 nein. Ich will... Hm, 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 hm. Na egal. Ach, jetzt gehöre ich an anderen Kasselonen gelandet mit den Katzen. Oh, ich weiß, was meinte Skala. Wieso? Wenn daneben schießen? Ja. Und warum? Am Anfang ist halt voll und du schießt halt direkt, ne? Ja, fuck. Ja. Voller Bait. Ja. Oh, wir haben ihn in Teile gebrochen. Nice. Verdient. Aber ich habe immerhin jetzt die Katzen an der Seite. Ja, deine Frau. Ich komme auch alleine, klar. Ich wusste gerade auch, ja. Ja, mich höre das sogar nicht. Er taumelt. Können wir ihn fangen? Ich habe alles mit. Ich auch. Hey, lass mir eine Kugel hier. Ich wollte gerade sagen. Ich gehe schon mal wie aufs Boot, ne? Ja. Aber krass, die Katzen kriegen die Kugeln trotzdem, auch wenn das leer ist, ne? Ja. Ah. Ich könnte jetzt den Drachensperr nutzen. Oh. Oh. Armer sofort. Warte. Musst du nur in Position schießen. ainsi, dass ist. Vince. Au Au Fröhlich mit einem Teil von ihm Ein Drachenid Nice Jetzt war der hier unten mit drei Kanoden drauf, ne? Ja Immer drauf da Au Ja Geht's hat mir und geht's hat Ich hab gerade noch gebrannt Nice Aber weniger Geld bekommen, reicht nicht Ja Ja Ja, einmal können wir noch Ja, einmal können wir noch Aber du hast sogar zweimal bekommen, oder? Was zweimal? Geld? Nein, äh, die Quest noch zweimal Ja Ja Kann's nochmal machen Moment mal gut, sie muss mich mal eben kurz organisieren Du hattest sie auch zweimal Okay Aber einmal Ne, du hattest sie zweimal, aber einmal haben wir verkackt Ja 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 Du hattest sie schon mal, dann bin ich gleich wieder da, okay? Alles klar Ja 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 Mach mal Ja 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 Dann müssen wir in die Abwehr kommen. Das kann sein. So. Wir versuchen es mal ohne Tod. Ja. Mal nur eben schnell nochmal an einen in Ruhe gehen. Und was essen. Das ist ne gute Idee. Beide sogar. Ich versuche es mal so. So. Wir werden beim Essen. Ich muss mal eben kurz meine Supertränke auffüllen. Und meine Tränke allgemein mal. Deswegen. Dann brauche ich noch mal einen gucken. Angriff hoch ist es gut oder ist M besser? M war besser, ne? Ja. Ich brauche noch so viele. Ich brauche noch Kämme ohne Ende, ne? Kämme? Kämme. Ich brauche noch von den Sora Magdaros Kamm brauche ich noch eins, vier, sieben Stück brauche ich noch. Ei, 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 ei. Sieben mal den Kamm. Den Rest habe ich genug. So. Nice. Habs gefangen. Wiggy zärtlich nicht. Ah, schade. Ich hab jetzt instanz. 106 Pokémon. Nice. Was ich am meisten feiere ist, ist Soda Mag, Grill Mag und Viggy Mag. Das ist gut. Soll ich doppel? Wiggy Mag. Wiggy Mag. Wiggy Mag. Eins hab ich noch doppelt, der Rest ist alles, okay zwei aber eins bei den beiden ist shiny. Okay dann. Shiny ist immer noch okay. So. So. Eben noch was essen und dann bin ich soweit. Ohohohohoho. Es tut mir leid. Tut sie gar nicht. Hast recht. Ich weiß. Ich weiß. Ich nehme so auch Verteidigung hoch. Sopong hab ich drin. Aline Schwarzgürtel. So. Dann. Let's go. So. Dann wollen wir mal. Letzter Soda Magdaros. Jetzt gerade. Mhm. Und danach krieg ich die Quest wieder. Echt? Keine Ahnung. Wer nuss fließt. Ich wollte sagen. So ein Sora-Stream. Warum nicht, ne? Warum auch nicht. Kann man machen. Kipp, 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 kipp. Nein. Ich hab die. Ah. Oder angequatscht. 2, 1, 2, 3, 3, 3. Wir sollten jetzt einzeln in das Loch einsprengen. Wenn wir schaden und oben machen wollen. Oh. Hätte fast funktioniert. Ich hab ihn auch schon angefogen gehabt. Hier liegt ein Teil bei mir. Ja. Rückenpanzer. Nicht zur Schuppe. Oh lol. Du hast mich runtergeschubst. Hey, ich war doch von außen. Schnell komm mal gar nicht weg wie der los, wie der losballert, ne? Ja. Genau. Was warst du eben gerade am Taumeln? Wie viel Schaden machst du pro Schlag? 42, beziehungsweise mein letzter macht 152. Ich mach 28 noch. Ja. Ja. Aber gut, dafür schlage ich auch schnell zu, ne? Ja. Ja. Rückenpanzer. Aber da the fuck? Ja. 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 immer nach oben gucken schön na ja ja da musst du eh hin die kleine steinchen kaputt ja ich bin schon oben ich bin schon oben ich war noch nicht mal ihm dran auf das ist Ich hab's nicht mehr, aber ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Der geht gleich los, ne? Just saying Ja So Konnt genau dazwischen stehen Ich auch Ja, so lange krieg ich die Kombos raus Da haben wir sicher toll Hier hinten Runter, runter, runter 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 Hinter dem Kern Ah hier Kitzeschuppe und Kitzeschuppe Aber schneller diesmal Ja, vor allem der G Hier ist man einen Förderplatz guck mal mal den Nägig von oben an, mal gucken, was er so macht ja, ich bin leber und unten Magdaro, da gibt's viele Leute! Ich bin ein Gigantik, oder? Gut! Aaaaaah! Danke für dich! Ich bin in der Höhle. Ich dachte gerade auch, mein Leben ist lau, hälst dich mal. So viele schöne Förderplätze, viele Bosse Smarties, hi, 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 das muss ja auch immer bis Ende sein, wenn ich jetzt diesmal kämpfe, schließen wir zusammen. Jede einmal sind die Katzen gehabt, dann nehmen wir jetzt nochmal zusammen, da wo die Katzen sind, gehen wir hin, dann befüllen wir zu viert die Kanone. Ich hab noch einen Rückenpatzer bekommen, hier droppen einfach random irgendwelche Teile. Ja. So, komm, jetzt geht man ins Ziel, dass wir ein bisschen Wörter machen können hier. Du schändelst Zeit, Dora. Geht doch. Geht doch, geht doch. So, wo sind die Katzen, die Katzen sind bei mir. Wie geht doch. jetzt sind wir man ist dahinter warum ist mein Machen abgehauen weil wir zu viel sind schießt mal genau da ist Machen wo ist der Machen ich habe keine Ahnung wo ist der Machen, ist der irgendwo dahinten wow komische Katze das cool ist ja echt, dass die Katzen auch aus leeren Haufen ausnehmen können ich habe noch eine gehabt ich hätte keine bei mir war kein Männer dann können wir da hinten hingehen kommen wir zum Boot Boot ist geil ich habe ganz für sich geschossen nicht mal nein falsch bewegt ein Blubella nice es gibt doch so bestimmte Pokémon, die einen immer freuen, wenn man ihn sieht ja ich schieße mal mit der Balliste weiter kommen wir ja für hier runter ja oh nein, ich bin zu früh runter was ha hi 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 Was ist das? Au. Mhm, das ist mir okay. Ich hab's gefangen. Nice, Glückwunsch. Wie gesagt, ich hab's schon. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schnapple oder nicht. Du hast die, ich mach die. Oh! Kommt noch früh. So. Hm? Es kam noch früh und bringt alle Kanonen einsatzbereit. Ja. Oh, möchtest du meinen Speer nutzen, vorne? Ich nutze ihn, würde du? Wo denn? Ganz vorne auf dem Schiff ist ein Nebel. Ich würd nutzen ihn? Ja. Feuer frei. Deck fort. Nice. Lass mich bitte jetzt mal so eine Platte bekommen. Super. Kleura. Alter, ich hab zwei Edelsteine bekommen. Kleura, komm. Belobigung. Komm. Ich krieg jetzt mal zwei Edelsteine, alter. Ah, super. Ich hab aber ganz viele Kämme bekommen. Da hab ich zwei. Da hab ich zwei. Ja. Überseltenheit, sieben, wert 6000 pro Edelstein? Jupp. Alter. Easy. Der Kapitän ist da. Er läuft. Ähm, die Suche haben sich gelohnt, würde ich sagen. Ja. Ei. Ich würd nichtcción. Ich weiß nicht.